So, hallo und willkommen auf meinem Kanal Salokin und ja, wie ihr seht, das ist ein Computer. Das ist wirklich ein Computer und ihr wisst nicht, wo wir den gefunden haben. Dieser Computer, den Computer haben wir im Wald gefunden. Einfach so, ne, mal am Spielplatz im Wald. Genau. Er geht aber nicht an. Hier ist das An- und Auszeichen. Aber alle Tassen funktionieren noch. Also, okay. Und ja, wahrscheinlich ist er nur aus oder auch kaputt. Mein Vater sucht in seiner Arbeit so ein Ladekabel für diesen Laptop. Und wenn es geht, dann geht es. Und wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Dann schmeißt du ihn weg. Genau. Also dann, das war es mit diesem Video. Und ciao.